natürlich ein frauenzimmer wie lange das dauerte wußte er nicht als der zeitpunkt gekommen war ertönte der gong aber er rief noch nicht unmittelbar zur mahlzeit er mahnte nur sich bereit zu machen wie hans kastorp wußte und so blieb er noch liegen bis das metallische dröhnen zum zweiten mal anschwoll und sich entfernte als joachim durch das zimmer kam um ihn zu holen wollte hans kastorp sich umziehen aber nun erlaubte joachim es nicht mehr er hasste und verachtete unpünktlichkeit wie man denn vorwärts kommen wolle und gesund werden um dienst machen zu können sagte er wenn man sogar zu schlapp sei um die essenszeit einzuhalten da hatte er natürlich recht und hans kastorp konnte lediglich darauf hinweisen dass er ja nicht krank dafür aber im höchsten gerade schläfrig sei erwusch ich nur rasch die hände dann gingen sie in den saal hinunter zum dritten mal durch beide eingänge strömten die gäste herein auch durch die verandatüren dort drüben die offen standen kamen sie und bald saßen sie alle an den sieben tischen als seien sie nie davon aufgestanden dies war wenigstens hans kastorps eindruck ein rein träumerische und vernunftwidriger eindruck natürlich dessen sein umnebelter kopf sich jedoch einen augenblick nicht erwehren konnte und an dem er sogar ein gewisses gefallen fand denn mehrmals im laufe der mahlzeit suchte er ihn sich zurückzurufen und zwar mit dem erfolge vollkommener täuschung die muntere alte dame redete wieder in ihrer verwischten sprache auf den ihr schräg gegenüber sitzenden dr blumenkohl ein der ihr mit besorgter miene zuhörte ihre magere großnichte aß endlich etwas anderes als johot nämlich seimige creme d'orge welche die saaltöchter in tellern serviert hatten doch nahm sie nur wenige löffel davon und ließ sie dann stehen die hübsche maruschia stopfte ihr taschentüchlein das ein apfelsinen parfüm ausströmte in den mund um ihr kichern zu ersticken miss robinson las dieselben rundlich geschriebenen briefe die sie schon heute morgen gelesen hatte offenbar konnte sie kein wort deutsch und wollte es auch nicht können joachim sagt in ritterlicher haltung etwas auf englisch zu ihr über das wetter was sie einsilbig kauend beantwortete um dann ins schweigen zurückzukehren was frau stür in ihrer schottischen wollbluse betraf so war sie heute vormittag untersucht worden und berichtete darüber indem sie sich auf ungebildete weise zierte und die oberlippe von ihren hasen zähnen zurückzog rechts oben so klagte sie habe sie ein geräusch außerdem klinge es unter der linken achsel noch sehr verkürzt und fünf monate habe der alte gesagt müsse sie noch bleiben in ihrer unbildung nannte sie hofrat behrens den alten übrigens zeigte sie sich empört darüber dass der alte heute nicht an ihrem tische sitze in der tournee zufolge sie meinte wohl turnus sei ihr tisch heute mittag an der reihe während der alte schon wieder am nebentische links sitze wirklich saß hofrat behrens dort und faltete seine riesigen hände vor seinem teller aber freilich habe ja die dicke frau salomon aus amsterdam dort ihren platz die jeden wochentag dekultiert zum essen komme und daran finde der alte offenbar gefallen obgleich sie frau stür es nicht begreifen könne denn bei jeder untersuchung sähe er ja beliebig viel von frau salomon später erzählte sie in erregtem flüstertone dass gestern abend in der oberen gemeinsamen liegehalle der nämlich die sich auf dem dache befinde das licht ausgelöscht worden sei und zwar zu zwecken die frau stür als durchsichtig bezeichnete der alte habe es gemerkt und so gewettert dass es in der ganzen anstalt zu hören gewesen sei aber den schuldigen habe er natürlich wieder nicht ausfindig gemacht während man doch nicht auf der universität studiert zu haben brauche um zu erraten dass es natürlich dieser hauptmann miklosig aus bucharest gewesen sei dem es in damengesellschaft überhaupt nie dunkel genug sein können ein mensch ohne alle und jede bildung obgleich er ein korsett trage und seinem wesen nach einfach ein raubtier ja ein raubtier wiederholte frau stür mit erstickter stimme indem ihr auf stirn und oberlippe der schweiß ausbrach in welchen beziehungen frau generalkonsul wurmbrand aus wien zu ihm stehe das wisse ja dorf und platz man könne wohl kaum noch von einer geheimnisvollen beziehung sprechen denn nicht genug dass der hauptmann zuweilen schon morgens zu der generalkonsulin aufs zimmer komme wenn diese noch im bette liege worauf er dann ihrer ganzen toilette bei wohne sondern am vorigen dienstag habe er das zimmer der wurmbrand überhaupt erst morgens um vier verlassen die pflegerin des jungen franz auf nummer 19 bei dem neulich der pneumothorax missglückt sei habe ihn selbst dabei betroffen und vor scham die gesuchte tür verfehlt so dass sie sich plötzlich in dem zimmer des staatsanwaltes paravan aus dortmund gesehen habe schließlich erging frau stür sich längere zeit über eine kosmische anstalt die sich drunten im ort befinde und in der sie ihr zahnwasser kaufe joachim blickte starr auf seinen teller nieder das mittagessen war sowohl meisterhaft zubereitet wie auch im höchsten grade ausgiebig die nahrhafte suppe eingerechnet bestand es aus nicht weniger als sechs gängen dem fisch folgte ein gediegenes fleischgericht mit beilagen hierauf eine besondere gemüseplatte gebratenes geflügel dann eine mehlspeise die jener von gestern abend an schmackhaftigkeit nicht nachstand und endlich käse und obst jede schüssel war zweimal gereicht und nicht vergebens man füllte die teller und aß an den sieben tischen ein löwen appetit herrschte im gewölbe ein heißhunger dem zuzusehen wohl ein vergnügen gewesen wäre wenn er nicht gleichzeitig auf irgendeine weise unheimlich ja abscheulich gewirkt hätte nicht nur die munteren legten ihn an den tag die schwatzen untereinander mit brotkügelchen warfen nein auch die stillen und finsteren die in den pausen den kopf in die hände stützten und starrten ein halbwüchsiger mensch am nebentische links ein schuljunge seinen jahren nach mit zu kurzen ärmeln und dicken kreisrunden brillengläsern schnitt alles was er sich auf den teller häufte im voraus zu einem brei und gemengsel zusammen dann beugte er sich darüber und schlang indem er zuweilend mit der serviette hinter die brille fuhr um sich die augen zu wischen man wusste nicht was da zu trocknen war ob schweiß oder tränen zwei zwischenfälle ereigneten sich während der großen mahlzeit und erregten hans castorps aufmerksamkeit soweit sein befinden dies zuließ erstens fiel wieder die glastür zu es war beim fisch hans castorp zuckte erbittert und sagte dann in zornigem eifer zu sich selbst dass er unbedingt diesmal den täter feststellen müsse er dachte es nicht nur er sagt es auch mit den lippen so ernst war es ihm ich muss es wissen flüsterte er mit übertriebener leidenschaftlichkeit so dass miss robinson sowohl wie die lehrerin ihn verwundert anblickten und dabei wandte er den ganzen oberkörper nach links und riss seine blutüberfüllten augen auf es war eine dame die da durch den saal ging eine frau ein junges mädchen wohl eher nur mittel groß in weißem sweater und farbigem rock mit rötlich blondem haar dass sie einfach in zöpfen um den kopf gelegt trug hans castorp sah nur wenig von ihrem profil fast gar nichts sie ging ohne laut was zu dem lärm ihres eintrittes in wunderlichem gegensatze stand gegen eigentümlich schleichend und etwas vorgeschobenen kopfes zum äußersten tische links der senkrecht zur verandatür stand dem guten russentisch nämlich wobei sie die eine hand in der tasche der anliegenden wolljacke hielt die andere aber das haar stützend und ordnend zum hinterkopf führte hans castor blickte auf diese hand er hatte viel sinn und kritische aufmerksamkeit für hände und war gewohnt auf diesen körperteil zuerst wenn er neue bekanntschaften machte sein augenmerk zu richten sie war nicht sonderlich damenhaft die hand die das haar stützte nicht so gepflegt und veredelt wie frauenhände in des jungen hans castorp gesellschaftliches fair zu sein pflegten ziemlich breit und kurzfingerig hatte sie etwas primitives und kindliches etwas von der hand eines schulmädchens ihre nägel wussten offenbar nichts von maniküre sie waren schlecht und recht beschnitten ebenfalls wie bei einem schulmädchen und an ihren seiten schien die haut etwas aufgeraut fast so als werde hier das kleine laster des fingerkauens gepflegt übrigens erkannte hans castorp dies erahnungsweise als dass er es eigentlich gesehen hätte die entfernung war doch zu bedeutend mit einem kopfnicken begrüßte die nachzüglerin ihre tischgesellschaft und indem sie sich setzte an die innenseite des tisches den rücken gegen den saal zur seite dr krokowskis der dort den vorsitz hatte wandte sie noch immer die hand am haar den kopf über die schulter und überblickte das publikum wobei hans castorp flüchtig bemerkte dass sie breite backenknochen und schmale augen hatte eine vage erinnerung an irgend etwas und irgend wen berührte ihn leicht und vorübergehend als er das sah natürlich ein frauenzimmer dachte hans castorp und wieder murmelte er es ausdrücklich vor sich hin so dass die lehrerin fräulein engelhardt verstand was er sagte die dürftige alte jungfer lächelte gerührt das ist madame choucha sagte sie sie ist so lässig eine entzückende frau und dabei verstärkte sich die flaumige röte auf fräulein engelhardts wangen um eine schattierung was übrigens immer der fall war sobald sie den mund öffnete französin fragte hans castorp streng nein sie ist russin sagte die engelhardt vielleicht ist der mann franzose oder französische abkunft das weiß ich nicht sicher ob es der dort sei fragte hans castorp noch immer gereizt und deutete auf einen herrn mit vorhängenden schultern am guten russentisch oh nein er sei nicht hier entgegnete die lehrerin er sei überhaupt noch nicht hier gewesen sei hier ganz unbekannt sie sollte die tür ordentlich zumachen sagte hans castorp immer lässt sie sie zufallen das ist doch eine unmanier und da die lehrerin den verweis demütig lächelnd einsteckte als sei sie selber die schuldige so war nicht weiter die rede von madame choucha das zweite vorkommnis bestand darin dass dr blum und kohl vorübergehend den saal verließ weiter war es nichts plötzlich verstärkte sich der leise angewiderte ausdruck seines gesichtes sorgenvoller als sonst blickte er auf einen punkt schob dann mit bescheidener bewegung seinen stuhl zurück und ging hinaus hier aber zeigte sich frau störs große unbildung im vollsten lichte denn wahrscheinlich aus gemeiner genugtuung darüber dass sie weniger krank war als blumenkohl begleitete sie seinen wechgang mit halb mitleidigen halb verächtlichen glossen der ärmste sagte sie der pfeift bald aus dem letzten loch schon wieder muss er sich mit dem blauen heinrich besprechen ganz ohne überwindung mit störrisch unwissender miede brachte sie die fratzenhafte bezeichnung der blaue heinrich über die lippen und hans castorp empfand ein gemisch von schrecken und lachreiz als sie es sagte übrigens kehrte dr blum und co nach wenigen minuten in der gleichen bescheidenen haltung zurück in der hinausgegangen war nahm wieder platz und fuhr fort zu essen auch er aß sehr viel von jedem gerichtet zweimal stumm und mit sorgen voll verschlossener miene dann war das mittagessen beendet dank einer gewandten bedienung denn die zwergin besonders war ein sonderbar raschfüßiges wesen hatte es nur eine stunde gedauert hans castorp schwer atmend und ohne recht zu wissen wie er heraufgekommen war lag wieder auf dem vorzüglichen stuhl in seiner balkonloge denn nach dem essen war liegekur bis zum tee sogar die wichtigste des tages und streng einzuhalten zwischen den undurchsichtigen glaswänden die ihn von joachim einerseits und dem russischen ehepaar andererseits trennten lag er und dämmerte mit pochendem herzen indem er luft durch den mund holte als er sein taschentuch benutzte fand er es von blut gerötet aber er hatte nicht die kraft sich gedanken darüber zu machen obgleich er ja etwas ängstlich mit sich war und von natur ein wenig zu hypochondrischen grillen neigte wieder hatte er sich eine maria mancini angezündet und diesmal rauchte er sich zu ende mochte sie nun wie immer schmecken schwindelig beklommen und träumerisch bedachte er wie sehr sonderbar es ihm hier oben ergehe zwei oder dreimal ward seine brust von innerem lachen erschüttert über die schauderhafte bezeichnung deren frau stür sich in ihrer unbildung bedient hatte herr albin drunten im garten hob sich das fantasiefahnentuch mit dem schlangenstabe zuweilen im windtauch der himmel hatte sich wieder gleichmäßig bedeckt die sonne war fort und sogleich war es fast unwirklich kühl geworden die gemeinsame liegehalle schien voll besetzt es herrschte gespräch und gekicher dort unten herr albin ich flehe sie an legen sie das messer fort stecken sie es ein es geschieht ein unglück damit klagte eine hohe schwankende damenstimme und beste herr albin um gottes willen schonen sie unsere nerven und bringen sie uns das entsetzliche mordding aus den augen mischte sich eine zweite da rein worauf ein blondköpfiger junger mann welcher eine zigarette im munde hatte seitwärts auf dem vordersten liegestuhl saß in frechem tone erwiderte fällt mir nicht ein die damen werden mir doch wohl erlauben etwas mit dem messer zu spielen nun ja gewiß es ist ein besonders scharfes messer ich habe es in calcutta einem blinden zauberer abgekauft er konnte es verschlucken und gleich darauf grub sein boy es fünfzig schritte von ihm entfernt aus dem boden wollen sie sehen es ist viel schärfer als ein rasiermesser man braucht die schneide nur zu berühren und sie geht einem ins fleisch wie durch butter warten sie ich zeige es ihnen näher und herr albin stand auf ein gekreisch erhob sich nein jetzt hole ich meinen revolver sagte herr albin das wird sie mehr interessieren ein ganz verflixtes ding von einer durchschlagskraft ich hole ihn aus meinem zimmer herr albin herr albin tun sie es nicht zeterten mehrere stimmen aber herr albin kam schon aus der liegehalle hervor um auf sein zimmer zu gehen blutjung und schlenkricht mit rosigem kindergesicht und kleinen backenbartstreifen neben den ohren herr albin rief eine dame hinter ihm drein holen sie lieber ihren paletto ziehen sie ihn an tun sie es mir zuliebe sechs wochen haben sie mit lungenentzündung gelegen und nun sitzen sie hier ohne überzieher und decken sich nicht einmal zu und rauchen zigaretten das heißt gott versuchen er albin mein ehrenwort aber er lachte nur höhnisch im weggehen und schon nach wenigen minuten kehrte er mit dem revolver zurück da kreischten sie noch alberner als vorhin und man hörte dass mehrere von den stühlen springen wollten sich in ihre decken verwickelten und stürzen sehen sie wie klein und blank er ist sagte er albin aber wenn ich hier drücke so beißt er zu ein neues gekreisch er ist natürlich scharf geladen fuhr albin fort in dieser scheibe hier stecken die sechs patronen sie dreht sich bei jedem schuss um ein loch weiter übrigens halte ich mir das ding nicht zum spaße sagte er da er bemerkte dass die wirkung sich abnutzte ließ den revolver in die brusttasche gleiten und setzte sich wieder mit übergeschlagenem bein auf seinen stuhl indem er sich eine frische zigarette anzündete durchaus nicht zum spaß wiederholte er und presste die lippen zusammen wozu denn wozu denn fragten ahnungsvoll bebende stimmen entsetzlich schrieb plötzlich eine einzelne und da nickte er albin ich sehe sie fangen an zu begreifen sagte er in der tat dazu halte ich ihn mir fuhr er leicht hinfort nachdem er trotz der überstandenen lungenentzündung eine menge rauch eingezogen und wieder von sich gelassen hatte ich halte ihn in bereitschaft für den tag wo mir dieser trödel hier zu langweilig wird und wo ich die ehre haben werde mich ergebens zu empfehlen die sache ist ziemlich einfach ich habe einiges studium darauf verwandt und bin mit mir im reinen darüber wie sie am besten zu deichseln ist bei dem wort deichseln ertönte ein schrei die herzpartie schaltet aus der ansatz ist mir da nicht recht bequem auch ziehe ich es vor das bewusstsein an ort und stelle auszulöschen nämlich indem ich mir so einen hübschen kleinen fremdkörper in dieses interessante organ appliziere und der albin deutete mit dem zeigefinger auf seinen kurz geschorenen blond schädel man muss hier ansetzen er albin zog den vernickelten revolver wieder aus der tasche und klopfte mit der mündung an seine schläfe hier oberhalb der schlagader sogar ohne spiegel ist es eine glatte sache mehrstimmiger flehender protest ward laut in denen sich sogar ein heftiges schluchzen mischte herr albin herr albin den revolver weg nehmen sie den revolver von ihrer schläfe weg es ist nicht mit anzusehen herr albin sie sind jung sie werden gesund werden sie werden ins leben zurückkehren und sich der allgemeinen beliebtheit erfreuen mein ehrenwort ziehen sie nur ihren mantel an legen sie sich hin decken sie sich zu machen sie die kur jagen sie den bademeister nicht wieder fort wenn er kommt um sie mit alkohol abzureiben lassen sie das zigaretten rauchen herr albin hören sie wir bitten um ihr leben ihr junges kostbares leben aber herr albin war unerbittlich nein nein sagt er lassen sie mich es ist gut ich danke ihnen ich habe noch nie einer dame etwas abgeschlagen aber sie werden einsehen dass es unnütz ist dem schicksal in die speichen zu fallen ich bin im dritten jahre hier ich habe es satt und spiele nicht mehr mit können sie mir das verargen unheilbar meine damen sehen sie mich an wie ich hier sitze bin ich unheilbar der hofrat selbst macht kaum noch ehren und schanden halber einen hehl daraus gönnen sie mir das bisschen ungebundenheit das für mich aus dieser tatsache resultiert es ist wie auf dem gymnasium wenn es entschieden war dass man sitzen blieb und nicht mehr gefragt wurde und nichts mehr zu tun brauchte zu diesem glücklichen zustand bin ich nun endgültig wieder gediehen ich brauche nichts mehr zu tun ich komme nicht mehr in betracht ich lache über das ganze wollen sie schokolade bedienen sie sich nein sie berauben mich nicht ich habe massenweise schokolade auf meinem zimmer acht bonbonieren fünf tafeln gala peter und vier pfund lindschokolade habe ich da oben das alles haben die damen des sanatoriums mir während meiner lungenentzündung zustellen lassen irgendwoher gebot eine bassstimme ruhe herr albin lachte kurz auf es war ein flatternd abgerissenes lachen dann ward es still in der liegehalle so still als sei ein traum oder spuk zerstoben und sonderbar klangen die gesprochenen worte im schweigen nach hans castor blauschte ihnen bis sie völlig erstorben waren und obwohl ihm unbestimmt schien als ob er albin ein laffe sei so konnte er sich doch nicht eines gewissen neides auf ihn erwehren namentlich jenes dem schulleben entnommene gleichnis hatte ihm eindruck gemacht denn er selbst war ja in untersekunde sitzen geblieben und er erinnerte sich wohl des etwas schimpflichen aber humoristischen angenehm verwahrlosten zustandes dessen er genossen hatte als er im vierten quartal das rennen aufgegeben und über das ganze hatte lachen können da seine betrachtungen dumpf und verworren waren so ist es schwer sie zu präzisieren hauptsächlich schien ihm dass die ehre bedeutende vorteile für sich habe aber die schande nicht minder ja dass die vorteile der letzteren geradezu grenzenloser art seien und indem er sich probeweise in herrn albin zustand versetzte und sich vergegenwärtigte wie es sein müsse wenn man endgültig des druckes der ehre ledig war und auf immer die bodenlosen vorteile der schande genoss erschreckte den jungen mann ein gefühl von wüster süßigkeit das sein herz vorübergehend zu noch hastigem gange erregte